Weihnachten steht vor der Tür. Und alle drehen durch. Von außen ist ein Verrückter. Komm bitte, bitte lassen Sie mich eins. Nein, ich blätter 250.000 Dollar ein. Willkommen zu Hause, Sohn. Das ist ein Weg, hat uns über Weihnachten an diesen exzentrischen Millionär verschaffert. Hohe Weihnachten. Total verrückte Feiertage mit Christina Applegate und Ben Affleck. Jim Rebels, eine Familie zum Fest. Am Mittwoch um 20.15 Uhr. In Sat. 1.